Können wir ein Meeting vereinbaren? Was ist die Tagesordnung für das heutige Meeting? Was ist die Tagesordnung für das heutige Meeting? Was ist die Tagesordnung für das heutige Meeting? Ich möchte unseren neuen Team-Member vorstellen. Ich möchte unser neues Team-Mitglied vorstellen. I would like to introduce our new Team-Member. We need to meet the deadline. Wir müssen die Frist einhalten. We need to meet the deadline. We need to meet the deadline. Could you please explain that again? Könnten Sie das bitte noch einmal erklären? Could you please explain that again? Could you please explain that again? Please find the attached document. Please find the attached document. Bitte finden Sie das beigefügte Dokument. Please find the attached document. Please find the attached document. Ich werde morgen nicht im Büro sein. Ich werde morgen nicht im Büro sein. I will be out of the office tomorrow. Can we reschedule the meeting? Can we reschedule the meeting? Können wir das Meeting verschieben? Can we reschedule the meeting? Can we reschedule the meeting? Ich werde Ihnen das Protokoll des Meetings schicken. Ich werde Ihnen das Protokoll des Meetings schicken. I would like to give some feedback. Ich möchte ein Feedback geben. I would like to give some feedback. I would like to give some feedback. Could you handle this task? Could you handle this task? Könnten Sie diese Aufgabe übernehmen? Could you handle this task? I need to delegate this task. Ich muss diese Aufgabe delegieren. I need to delegate this task. I need to delegate this task. The project is on track. The project is on track. Das Projekt ist auf Kurs. The project is on track. The project is on track. We have achieved our targets. We have achieved our targets. Wir haben unsere Ziele erreicht. We have achieved our targets. We have achieved our targets. Let's brainstorm some ideas. Let's brainstorm some ideas. Lassen Sie uns einige Ideen brainstormen. Let's brainstorm some ideas. Let's brainstorm some ideas. We need to improve our performance. Wir müssen unsere Leistung verbessern. We need to improve our performance. We need to improve our performance. We need to improve our performance. Let's brainstorm some ideas. The presentation went well. The presentation went well. Die Präsentation verlief gut. The presentation went well. The presentation went well. Können Sie mich über den Projektstatus informieren? Können Sie mich über den Projektstatus informieren? Wir müssen dieses Problem ansprechen. Lassen Sie uns hierbei zusammenarbeiten. Ich werde dem nachgehen. Lassen Sie uns eine kurze Pause machen. Können Sie diesen Punkt klären? Ich schätze Ihre Bemühungen. Ich muss den Termin bestätigen. Lassen Sie uns dieses Meeting abschließen. Das war eine produktive Diskussion. Das war eine produktive Diskussion. Können wir diese Aufgabe verschieben? Can we postpone this task? I am tied up at the moment. Ich bin im Moment beschäftigt. Wir sollten dies priorisieren. We should prioritize this. Please read through the contract. Bitte lesen Sie den Vertrag durch. Bitte lesen Sie den Vertrag durch. Please read through the contract. We need to find a solution. Wir müssen eine Lösung finden. We need to find a solution. Can you take notes, please? Can you take notes, please? Können Sie bitte Notizen machen? Can you take notes, please? Can you take notes, please? I will forward the email to you. I will forward the email to you. Ich werde die email an Sie weiterleiten. I will forward the email to you. Let's stick to the agenda. Lassen Sie uns bei der Tagesordnung bleiben. Let's stick to the agenda. Wir haben unsere Erwartungen übertroffen. Wir haben unsere Erwartungen übertroffen. Wir müssen unsere Strategie verbessern. Wir müssen unsere Strategie verbessern. Ich werde mich dazu bei Ihnen melden. Ich werde mich dazu bei Ihnen melden. Ich werde mich dazu bei Ihnen melden. Let's touch base next week. Let's touch base next week. Lassen Sie uns nächste Woche Kontakt aufnehmen. Let's touch base next week. Let's touch base next week. We need to analyze this data. Wir müssen diese Daten analysieren. We need to analyze this data. We need to analyze this data. We have a tight budget. We have a tight budget. Wir haben ein knappes Budget. We have a tight budget. The report is due tomorrow. The report is due tomorrow. Der Bericht ist morgen fällig. The report is due tomorrow. The report is due tomorrow. I'm calling about the invoice. I'm calling about the invoice. Ich rufe wegen der Rechnung an. I'm calling about the invoice. I'm calling about the invoice. We need to negotiate the terms. We need to negotiate the terms. Wir müssen die Bedingungen aushandeln. We need to negotiate the terms. We need to negotiate the terms. The meeting is scheduled for 10 a.m. The meeting is scheduled for 10 a.m. The meeting is scheduled for 10 a.m. Can you send me the file? Can you send me the file? Können Sie mir die Datei schicken? Can you send me the file? Can you send me the file? I have a proposal. I have a proposal. Ich habe einen Vorschlag. Wir haben ein Problem mit dem System. Wir haben ein Problem mit dem System. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir müssen unsere Ziele überprüfen. 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 Wir müssen unsere Software aktualisieren. Wir müssen unsere Software aktualisieren. Wir müssen unsere Dienstleistungen verbessern. Ich werde mich um dieses Problem kümmern. Ich werde mich um dieses Problem kümmern. Wir müssen eine Umfrage durchführen. Lassen Sie uns einige Ideen brainstormen. Können Sie diesen Bericht korrekturlesen? Können Sie diesen Bericht korrekturlesen? Ich werde den Antrag einreichen. We need to meet the deadline. Wir müssen die Frist einhalten. Wir müssen die Frist einhalten. We need to meet the deadline. I will process the order. Ich werde die Bestellung bearbeiten. Lassen Sie uns einen Meilenstein setzen. Let's set a milestone. We need to address this issue. Wir müssen diese Angelegenheit ansprechen. Wir müssen diese Angelegenheit ansprechen. We need to address this issue. I will draft the proposal. Ich werde den Vorschlag entwerfen. Wir müssen unsere Ressourcen verwalten. We need to manage our resources. Can we reschedule the meeting? Können wir das Meeting verschieben? Ich werde die Datenbank aktualisieren. Ich werde die Datenbank aktualisieren. Ich werde die Datenbank aktualisieren. Wir müssen unsere Leistung optimieren. Wir müssen unsere Leistung optimieren. Wir müssen unsere Leistung optimieren. Ich werde das Projekt überwachen. Ich werde das Projekt überwachen. Wir müssen die Aufgaben delegieren. I will compile the data. Ich werde die Daten zusammenstellen. I will compile the data. We need to establish a plan. Wir müssen einen Plan aufstellen. We need to establish a plan. I will coordinate the team. Ich werde das Team koordinieren. Wir müssen die Ergebnisse auswerten. Wir müssen die Ergebnisse auswerten. Wir müssen die Ergebnisse auswerten. Ich werde die Änderungen umsetzen. Ich werde die Änderungen umsetzen. Ich werde die Änderungen umsetzen. Wir müssen unsere Standards aufrechterhalten. Wir müssen unsere Standards aufrechterhalten. Ich werde den Fortschritt überwachen. Wir müssen das Budget überarbeiten. We need to revise the budget. We need to revise the budget. I will validate the information. Ich werde die Informationen validieren. We need to achieve our targets. We need to achieve our targets. Wir müssen unsere Ziele erreichen. We need to achieve our targets. We need to achieve our targets. We need to achieve our targets. We need to develop a strategy. Wir müssen eine Strategie entwickeln. We need to develop a strategy. I will prepare the presentation. Ich werde die Präsentation vorbereiten. Ich werde die Präsentation vorbereiten. Ich werde die Präsentation vorbereiten. We need to streamline our operations. We need to streamline our operations. Wir müssen unsere Abläufe optimieren. Wir müssen unsere Abläufe optimieren. We need to streamline our operations. We need to streamline our operations. I will finalize the report. I will finalize the report. Ich werde den Bericht fertigstellen. We need to invest in new technology. Wir müssen in neue Technologie investieren. We need to invest in new technology. We need to invest in new technology. I will analyze the market trends. I will analyze the market trends. I will analyze the market trends. We need to focus on customer satisfaction. We need to focus on customer satisfaction. Wir müssen uns auf die Kundenzufriedenheit konzentrieren. We need to focus on customer satisfaction. We need to focus on customer satisfaction. We need to focus on customer satisfaction. I will optimize the workflow. I will optimize the workflow. I will optimize the workflow. Ich werde den Workflow optimieren. I will optimize the workflow. I will optimize the workflow. We need to expand our network. We need to expand our network. We need to expand our network. Wir müssen unser Netzwerk erweitern. We need to expand our network. We need to expand our network. I will liaise with the client. I will liaise with the client. Ich werde den Kontakt zum Kunden herstellen. I will liaise with the client. I will liaise with the client. We need to increase our productivity. We need to increase our productivity. We need to increase our productivity. Wir müssen unsere Produktivität steigern. We need to increase our productivity. We need to increase our productivity. I will audit the accounts. I will audit the accounts. Ich werde die Konten prüfen. We need to comply with regulations. Wir müssen den Vorschriften entsprechen. 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 Ich werde 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 den Vorschten entsprechen. Ich werde den Vorschten entsprechen. Wir müssen ein starkes Team aufbauen. Ich werde das Feedback bewerten. Wir müssen unsere Kommunikation verbessern. Ich werde die Dateien organisieren. Ich werde die Dateien organisieren. Wir sollten unsere Strategien abstimmen. Ich werde die Berichte zusammenfassen. Wir sollten unsere Gewinne maximieren. Ich werde die Risiken bewerten. Wir sollten ein positives Arbeitsumfeld fördern. Wir sollten ein positives Arbeitsumfeld fördern. Ich werde die Aufgaben priorisieren. Wir sollten unser Portfolio diversifizieren. Wir sollten unser Portfolio diversifizieren. Ich werde den Vertrag überarbeiten. Wir sollten unsere Fähigkeiten verbessern. Ich werde die Schulung leiten. Ich werde die Schulung leiten. Wir sollten neue Systeme integrieren. Wir sollten neue Systeme integrieren. Wir sollten neue Systeme integrieren. Ich werde die Fehler beheben. 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 Wir sollten unsere Ressourcen nutzen. Wir sollten unsere Ressourcen nutzen. Ich werde unsere Ressourcen nutzen. Ich werde den Prozess beschleunigen. Ich werde den Prozess beschleunigen. Ich werde den Prozess beschleunigen. Wir sollten unsere Ressourcen nutzen. 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 Ich werde die Ressourcen nutzen. Ich werde die Bedingungen verhandeln. I will negotiate the terms. We should sustain our growth. Wir sollten unser Wachstum aufrechterhalten. We should sustain our growth. We should sustain our growth. I will verify the data. Ich werde die Daten überprüfen. I will verify the data. We should retain our clients. Wir sollten unsere Kunden behalten. We should retain our clients. I will manage the project schedule. Ich werde den Projektplan verwalten. Wir sollten die Anstrengungen unserer Mitarbeiter wertschätzen. Ich werde mit anderen Abteilungen koordinieren. Wir sollten die Leistung anreizen. Wir sollten die Leistung anreizen. Ich werde den Projektstatus aktualisieren. Ich werde den Projektstatus aktualisieren. Wir sollten Risiken mindern. Wir sollten Risiken mindern. I will delegate tasks appropriately. Ich werde Aufgaben angemessen delegieren. I will delegate tasks appropriately. We should track project progress. Wir sollten den Projektfortschritt verfolgen. We should track project progress. We should track project progress. I will review our objectives. Ich werde unsere Ziele überprüfen. Wir sollten das Kundenerlebnis verbessern. Ich werde die Rechnung erstellen. Ich werde die Rechnung erstellen. Wir sollten unseren Marktanteil erhöhen. Ich werde die Tagesordnung für das Meeting entwerfen. Wir sollten die Betriebliche Effizienz optimieren. Wir sollten die Betriebliche Effizienz optimieren. Ich werde die Umfrageergebnisse analysieren. Ich werde die Umfrageergebnisse analysieren. Wir sollten unsere Software aktualisieren. Wir sollten unsere Software aktualisieren. We should upgrade our software. I will facilitate team-building activities. I will facilitate team-building activities. I will facilitate team-building activities. We should implement best practices. 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 I will conduct the performance review. I will conduct the performance review. Ich werde die Leistungsbewertung durchführen. I will conduct the performance review. I will conduct the performance review. We should deliver quality service. We should deliver quality service. Wir sollten qualitativ hochwertigen Service bieten. We should deliver quality service. We should deliver quality service. I will compile the data. I will compile the data. I will compile the data. Ich werde die Daten zusammenstellen. I will compile the data. I will compile the data. We should outperform our competitors. 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 I will prepare the presentation. I will prepare the presentation. Ich werde die Präsentation vorbereiten. Ich werde die Präsentation vorbereiten. Ich werde die Präsentation vorbereiten. Wir sollten unsere Strategien verfeinern. Wir sollten unsere Strategien verfeinern. Ich werde die Unterlagen pflegen. Wir sollten unser Geschäft ausbauen. Ich werde den Vorschlag prüfen. Wir sollten unsere Prozesse optimieren. Wir sollten unsere Prozesse optimieren. Ich werde das Budget verwalten. Wir sollten Chancen nutzen. Wir sollten die Prozesse optimieren. Ich werde den Projektplan skizzieren. Wir sollten Innovation fördern. Wir sollten Innovation fördern. Ich werde den Projektfortschritt überwachen. Ich werde die Prozesse optimieren. Wir sollten Technologie investieren. Wir sollten Technologie investieren. Ich werde den Bericht abschließen. Ich werde die Prozesse optimieren. Wir sollten Talent fördern. Wir sollten Talent fördern. Wir sollten Talent fördern. Ich werde die Prozesse optimieren. 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 Ich werde das Meeting verschieben. Ich werde die Prozesse optimieren. Wir sollten eine Lernkultur pflegen. Ich werde das Projekt überwachen. Wir sollten Vielfalt schätzen. Ich werde das Problem beheben. Wir sollten uns auf die Kundenzufriedenheit konzentrieren. Ich werde die Vereinbarung befürworten. Wir sollten die Produktivität steigern. Ich werde mit dem Kunden zusammenarbeiten. Wir sollten eine kontinuierliche Verbesserung anstreben. Wir sollten eine kontinuierliche Verbesserung anstreben. Ich werde den Konflikt lösen. Wir sollten unsere Daten sichern. Ich werde eine Lösung vorschlagen. Wir sollten die Erwartungen der Kunden übertreffen. Ich werde den Plan umsetzen. Ich werde den Plan umsetzen. Wir sollten eine Kultur des Respekts fördern. Wir sollten eine Kultur des Respekts fördern. Ich werde das Produkt inspizieren. Ich werde das Produkt inspizieren. Wir sollten die Kraft der Technologie nutzen. Wir sollten die Kraft der Technologie nutzen. Ich werde die Dokumente arrangieren. Ich werde die Dokumente arrangieren. Wir sollten unsere Ziele erreichen. Wir sollten unsere Ziele erreichen. Wir sollten unsere Ziele erreichen. Ich werde das Team anösten. Ich werde das Unternehmen durchführen. Ich werde das Team tun. Wir sollten Veränderungen annehmen. Wir sollten Veränderungen annehmen. Ich werde die Daten kategorieren. Ich werde die Daten kategorisieren. Ich werde die Daten kategorisieren. Wir sollten eine starke Marke etablieren. Wir sollten eine starke Marke etablieren. Ich werde die Daten kategorisieren. Wir sollten Kundenfeedback priorisieren. Wir sollten Kundenfeedback priorisieren. Ich werde eine Strategie formulieren. Ich werde eine Strategie formulieren. Wir sollten hohe Standards aufrechterhalten. Wir sollten hohe Standards nachlegen. Ich werde das Meeting organisieren. Wir sollten nach Exzellenz streben. Ich werde an der Konferenz teilnehmen. Wir sollten wettbewerbsfähig bleiben. Wir sollten wettbewerbsfähig bleiben. Ich werde eine Diskussion leiten. Wir sollten Wachstum vorantreiben. Ich werde die Anwendung bearbeiten. Wir sollten auf Nachhaltigkeit abzielen. Ich werde eine Umfrage durchführen. Wir sollten unseren Ruf verbessern. Ich werde einen Bericht vorbereiten. Wir sollten unsere Dienstleistungen diversifizieren. Ich werde die Belegschaft verwalten. Wir sollten Teamarbeit fördern. Wir sollten Teamarbeit fördern. Ich werde eine Frist festlegen. Ich werde eine Frist festlegen. Wir sollten innovative Lösungen verfolgen. Wir sollten innovative Lösungen verfolgen. Ich werde das Projekt koordinieren. 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 Ich werde das Projekt koordinieren.